Heute spiele ich als Chainsaw Man in Minecraft. Die Verwandlung ist echt smooth. Wenn man noch verwandelt ist, dann hört man im Hintergrund Kettensägengeräusche. Man hat in der Hand einmal seine Kettensäge und als Waffe eine Eisenachst. Man kann aus dem Superhoch springen und Superweit. Das ist mega cool. Man hat über dem Inventar auch noch so eine Anzeige. Jetzt noch einen Zombie-Test und mit der normalen Hand. Geht super schnell. Und man kann irgendwie super funny rennen und eine Attacke aufladen. Und die Zurückverwandlung natürlich.